Herzlich Willkommen bei S21BAU TV. Heute ein Ausflug nach Ulm und natürlich fährt man erstmal bei der Neckarbrücke vorbei und da möchte ich natürlich kurz mit dem Smartphone draufhalten. Na gut, der Zug hat uns jetzt ein bisschen die Sicht genommen, aber ihr habt gesehen, da drüben ist ein Bagger, also es geht weiter mit dem Anschluss in Bad Cannstatt. Und jetzt schauen wir uns noch an Portal Unter Türkheim. Das sieht sauber aus von hier, Grabkapelle ist auch dabei. Na, Ober Türkheim habe ich jetzt ein bisschen verpasst. Ja, ihr kennt es schon am Ulmer Münster. Links im Bild. Einfahrt in den Bahnhof. Gleich überqueren wir die Neubaustrecke und kriegen auch noch eine Intercity geboten mit Doppeltraktion. Sehr gerne Fahrgäste, wir erreichen Ulm dann auf Gleis 3, der Ausstieg in Fortrichtung links. Das ist wie, es geht um percephrye Vielen Dank. 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 Vielen Dank.